Egal, Bruder. Du bist nicht, übertreib nicht, mach nicht. Ach, beten. Warum beten? Warum fasten? Es geht sich nicht darum, dass wir uns aufrufen, dass wir mehr tun, als wir tun müssen. Wir rufen auf, dass wir das tun, was wir tun müssen. Das ist schämend. Wir müssen kommen und sagen, ey, das Gebet ist fünfmal am Tag Pflicht. Im Monat Ramadan, du musst fasten. Wenn du zu viel hast, musst du abgeben. Du musst dich bemühen, Hatsch zu machen. Wir sagen ja nicht, du musst noch mehr machen. Du musst noch irgendwie deine Gebete vermehren, freiwillige Gebete, die Sonne Gebete zu den Gebeten, die fort sind, wie jetzt nach dem Ishaar 2 Rekah, Salat al-Wutr, Uraqiyam al-Layl. Der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, jede Nacht elf Rekah, Bruder. Elf Rekah. Der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, jede Nacht elf Rekah, Bruder, Uraqiyam al-Wutr, Uraqiyam al-Wutr, Uraqiyam al-Wutr, Uraqiyam al-Wutr, Uraqiyam al-Wutr, Uraqiyam al-Wutr. Uraqiyam al-Wutr, 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 U